Hallo meine Lieben, heute channel ich mit dem vierten Erzengel, dem Erzengel Gabriel, dem Engel der Verkündung. Sein Name bedeutet die Macht Gottes. Ich verbinde mich wieder mit der göttlichen Welt und ich rufe den Erzengel Gabriel. Dabei atme ich tief ein und aus und ich schließe meine Augen. Ich spüre jetzt die Energie und machtvolle Kraft des Erzengels Gabriel. Und ich lausche. Sei gegrüßt, Erzengel Gabriel. Du bist die Kraft Gottes. Durch deine Energie erkennen wir, wie wir leben und was wir täglich brauchen. Du gibst uns deinen Schutz im täglichen Leben. Die Menschen stellen aber fest, dass das Böse immer mehr in den Vordergrund drückt. Was können wir tun, um das Böse aufzuhalten, damit das Gute wieder lebendiger wird? Hier die Antwort vom Erzengel Gabriel. Ich bin der Erzengel Gabriel, der zu den auserwählten großen Erzengeln gehört. Ich habe die Macht im Kampf gegen das Böse mit meinem Schwert in der Hand. Es ist das Feuerschwert. Ruft mich, ihr Menschenkinder, und bittet mich um Schutz und Hilfe. So errichte ich mit meinem Feuerschwert einen Schutzkreis für euch, sodass ihr geschützt seid. Durch meinen Flammenkreisschutz kann nichts Negatives und Böses durchdringen. Alles wird verbrannt. Das ist meine Macht. Die Macht Gottes. Ich, Diria, danke dir, Erzengel Gabriel, für die Hilfe und deinen Schutz, den du den Menschen gibst, die an dich glauben und dich rufen im Namen Gottes. So sei es. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Diese Botschaft, meine Lieben, und diese Aufforderung von Gabriel solltet ihr euch zu Herzen nehmen und danach handeln. Wenn alle Menschen ihn rufen und in einer Meditation im Lichtkreis mit ihm arbeiten, hat das Böse keine Chance. Letztendlich wird das Gute siegen. Nach so einer Meditationsarbeit fühlt sich jeder gestärkt durch die göttliche Kraft, die Gabriel in jeden Einzelnen einfließen lässt. Schaut meine Portale und Videos an, ihr erfahrt mehr darin. Vor allen Dingen könnt ihr mich anrufen, fragen, kontaktieren, wie ihr wollt. Ich bin da für euch. Bis bald. Eure Diria Aurelm Aurelm